Hinter mir befinden sich eine der einzigartigsten Übernachtungsmöglichkeiten von ganz Österreich. Denn das ist der Love Cube auf dem Dach vom Hotel Daniel in der steirischen Landeshauptstadt Graz. Wir machen heute eine kleine Tour durch diesen eleganten Luxuswürfel. Let's go! Seit 2014 thront der Love Cube über den Dächern von Graz in 24 Meter Höhe, sodass er einen perfekten 360 Grad Rundumblick auf die Stadt und das UNESCO-Welterbe, den Schlossberg und Schloss Eggenberg hat. Designed und entworfen wurde der Love Cube von dem deutschen Designer Werner Eislinger und wurde für die Love Cube GmbH produziert. Das heißt, generell ist dieser Cube eine Kooperation zwischen der Love Cube GmbH und dem Hotel Daniel. Also theoretisch kann der Love Cube auch nochmal hergestellt werden und befindet sich auch in anderen Orten der Welt. Allerdings ist dieser Cube komplett einzigartig. Denn hier wurde zum ersten Mal der Cube auf dem Dach von einem Gebäude als feste Installation montiert. Und auch das Interieur wurde speziell entworfen für das Hotel Daniel gemeinsam mit dem Hotelbesitzer Florian Beitzer, sodass das Design perfekt den modernen und einzigartigen Style vom Hotel Daniel in Graz widerspiegelt. Der Love Cube wurde zuerst auf dem Boden komplett von der Love Cube GmbH fertig zusammengebaut. Und anschließend, nach längeren bürokratischen Wegen und viel Planungszeit, wurde der Cubeplan im September 2014 mit einem Kran auf das Dach vom Hotel Daniel gehoben. Auf 44 Quadratmetern wurde reiner Luxus für die Gäste verbaut. Ihr habt bodentiefe Glaselemente, eine große Regenwalddusche, die dazu auch noch von Grünpflanzen umrahmt ist. Also Regenwald ist wortwörtlich zu nehmen hier. Da habt ihr ein 2,20 m x 2,20 m großes XXL Doppelbett, eine Spezialanfertigung für den Cube. Da hinter habt ihr auch eine Abdeckung aus Nussholz, gegenüber habt ihr eine frei schwenkbare TV-Heimcune-Anlage und zusätzlich noch viele andere Kleinigkeiten, die diesen richtigen Luxus widerspiegeln, der euch hier erwartet. Die Regenwalddusche ist ebenfalls von bodentiefen Fenstern umrahmt. Das heißt, ihr habt beim Duschen den besten Ausblick der Stadt, weil die Toilette eben wird. Ihr könnt auch übrigens die Jalousien runterlassen. Also wenn ihr nicht ganz so freizügig sein wollt, dann könnt ihr euch natürlich auch ein bisschen hinter die Jalousien verstecken. Oder ihr nutzt die Chance und duscht wortwörtlich mit dem besten Ausblick, vielleicht von ganz Österreich. Durch das offene Design könnt ihr den Ausblick der Stadt Tag und Nacht auf euch wirken lassen. Aber trotzdem seid ihr perfekt windgeschützt, es ist stets mollig warm und ihr habt den bequemsten und auch einen der höchsten Orte in ganz Graz, um die Skyline und das Panorama zu bewundern. Es gibt im Cube nur eine einzige Abtrennung, und zwar diese kleine Schiebetür zum Badebereich. Das heißt, wenn ihr die Tür offen lasst, dann habt ihr einen kompletten Penthouse-Loft in gewisser Weise für euch alleine. Oder wenn ihr sie zumacht, dann entsteht dadurch ein kleiner abgetrennter Lounge-Bereich mit zwei eleganten Lounge-Sesseln, in denen ihr entspannen und den Ausblick genießen könnt. Das Panorama rund um den Love Cube ist vielleicht eines der besten Ausblicke, die ihr in ganz Graz buchen könnt. Und deswegen habt ihr auch noch eine ganze Dach-Terrasse für euch. Im Endeffekt ist es fast das gesamte Dach vom Hotel Daniel, das zu einer eleganten Terrasse umgebaut wurde. Darauf habt ihr eine Hängematte, elegante Designermöbel mit so Lounge-Sesseln, wo ihr hinflitzen könnt. Und gerade bei schönem Wetter, aber selbst bei schlechtem Wetter, habt ihr einen der besten Ausblicke überhaupt. Wenn ihr das Rooftop-Feeling liebt und ihr habt Bock auf diesen exklusiven, eleganten Style, dann ist das wohl eines der besten Optionen, die ihr mieten könnt, um einen richtig exklusiven Tag und einen exklusiven Abend zu verbinden. Der Cube schwebt übrigens nicht nur über den Dächern der Stadt, sondern auch auf dem Dach vom Hotel Daniel schwebt der Cube ebenfalls normal. Denn wie ihr seht, steht der Cube auf Stelzen. Dadurch wird eben das Gefühl der Freiheit und dieses Abgehobensein nochmal verstärkt. Das Hotel Daniel hat natürlich nicht nur den Loft Cube, sondern auch noch viel, viel weiteres zu bieten. 108 Zimmern in zwei verschiedenen Kategorien bieten modernen und eleganten Komfort. Fun Fact, wenn ein Loft Cube mal nicht belegt ist, gibt es täglich die Chance, für alle Direktbucher eines Lodgier-Zimmers als glücklicher Gewinner eines Upgrades auf den Loft Cube ausgewählt zu werden. Wenn ihr allerdings sicher gehen wollt, dass ihr den Cube auf jeden Fall bekommt, dann müsst ihr natürlich auch direkt buchen. In der Lobby befindet sich ein sehr stylisches Restaurant mit einem kleinen Innengarten, einem großen Frühstücksbuffet und einer Terrasse, das auch optimal zum Coworken ist. Kann ich nur bestätigen. Auch einen separierbaren Meetingraum findet ihr vor, den ihr für Veranstaltungen buchen könnt. Und als ganz besonderes Highlight findet in der Lobby auch noch einen ganzen Fuhrpark, der nur darauf wartet, dass ihr eines der Fahrräder oder der Elektrovespas mietet und die Stadt erkundet. Wenn ihr jetzt Bock bekommen habt, den Cube selber zu buchen, dann leide ich euch in der Videobeschreibung einen Link da. Einfach unten draufklicken, dann kommt ihr auf die Webseite, wo ihr buchen könnt. Und wenn ihr übrigens Bock habt, noch mehr über Luxus zu sehen, dann schaut euch das Video hier oder hier an. Das ist das Video über das spektakulärste und luxuriöseste Airbnb von ganz Tirol oder vielleicht sogar von ganz Österreich. Schaut es euch an, genießt und klickt auf abonnieren, lasst ein Like beim Video da und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal. Ciao.